Ich habe doch gerade 10.000 ausgegeben, oder? Nein, das brauche ich nicht. Dich brauche ich. Ich hatte gerade 10.000 ausgegeben, oder? Das war die Aufnahme. Bin ich jetzt komplett bescheuert? Oder ist das echt ein Bug im Spiel? Schau da, da müssen wir was. Und vor allen Dingen kommt ja mal T-Shirt, die man nicht braucht. Ja, komm. Los, jetzt, okay. Jetzt gehst du genau da hin. Ja. Hört euch mal an, wie sich der Penner immer aufregt. Und jetzt einmal springen. Okay. So, also jetzt haben wir 20.000, da oben. Halt da. Da war das so eine scheiß Klappe. Aus. Aus. Ich spring mal ein bisschen weiter. So. Ja, hier. Ich habe 20.000 und kaufe mir jetzt für fast 10.000 Euro. Scheiße. Das ist doch nicht blöd. Äh. Ist das mit dem Punkt... Uh. Super overpowered. Momentchen mal. Ein Glück. Ist das mit dem... Quick Save. Beim Speichern ändert der den Wert? Uh. Super overpowered. Hä? Okay. Ich glaube mal, das ist ein Bug bei Doom for Doom. Oder bei GZ Doom. Eins von beiden. Äh. Aber wenn das beim Speichern ist, dann ist das ja eine Sache von GZ Doom. Also, liebe Entwickler von GZ Doom. Ähm. Wenn einer von euch das Video irgendwann mal sehen sollte in 20 Jahren, guckt da mal nach. Wie gesagt, beim... Direkt beim Speichern... Kann ich einmal ein bisschen frisch machen am Ende der Map? Äh. Ich habe nur gespeichert. Ähm. Gucken wir mal nach. Ja. Ich habe es nicht geladen oder eh nicht. Egal. Ist... 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 Ist schon irgendwie verrückt ein bisschen. Weil mir war auch schon mal ein ähnlicher Fehler aufgefallen. Ähm. Ja. Wow. Äh. Da hatte ich mir Waffen-Mods installiert gehabt. Also hier gekauft, über das Müh. Am Ende der Map. Heißt also kurz bevor ich gespeichert habe. Und als ich dann in der nächsten Map war, waren die ganzen Waffen-Mods wieder weg. Allerdings hat er da mein Geldbetrag natürlich beibehalten. Also das Geld habe ich verloren gehabt. Also irgendwie... Irgendwie... Das passt da nicht so ganz... Ganz hin. Wo... Wo... Wo bin ich jetzt? Okay. Wow. Leute, die... 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 Nein. 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 Okay. Okay. Es wird wieder eine spaßige Map. Ah... Okay. Mach das nicht rein. Oha. Nein. Bitte. Verschuld mich. Verschuld mich. Verschuld mich. Verschuld mich. Verschuld mich. Verschuld mich. Ach... Erschlub doch mal. Was ist denn los? Danke. So. Das hätten wir. Gleich mal speichern. Ähm... Quick save over your game named Eday. Komm Leute. Das ist... Nein, nein. Das macht... Es ist zwar nicht meine Schuld, aber es ist irgendwie trotzdem nicht so. Jetzt hat er es beibehalten. Ich lade nochmal neu. Ja, jetzt hat er es beibehalten. Ist verrückt. Also ich gehe mal davon aus, es ist ein Fehler bei Gitze. So, dann wollen wir mal. Dann wollen wir doch mal. Da ist schon ein Arschloch B sterben. Ich habe die falsche Waffe. Haha. Wirst du, mit der richtigen Waffe geht es gleich viel schneller. Oh. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Alter, hier füllt auch schon wieder die Textur. Das ist immer bei den Türen. Bei den Türen füllt immer die Textur. Oder liegt das an GZ-Dum? Äh, an, 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 an dem, äh, hier, da. Ja, nee. Also das ist tatsächlich, da ist ein, ähm, das ist wirklich original. Wow. Ja, hier ist auch. Ja. also da haut was nicht hin das war ja auch bei wo hier ist richtig das war ja auch bei der map wo man trotzdem diese drei großen hangars hatte wurden bei der mastermind cyberdemon bei der mastermind und nochmals bei der mastermind war wo mich der eine raum so an das erste level geändert hat von zu oder zu zweit doch was du er lieb war zum 2 und ja die leute ich wollte sie noch mehr so speichern ja immer Ach, Mann, ey. Was, 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 was? Mein... Ähm, also, ähm, ja, hehehe. Das war jetzt irgendwie schon fast nice. Oh, oh, das aber nicht. Alle weg? So, ich tue jetzt noch einer rum. Oha. Also, wenn man hier schon drauf klettern kann, dann setzt da unten wenigstens eine Textur hin. Das sieht jetzt so ultra scheiße aus. Vor allem wirken die Häuser so extrem verzerrt. Nee, das ist nicht gut. Das ist, das ist leider wirklich nicht gut. So, speichern wir mal. Kann man hier ducken? Ja, ducken geht. Alter, was zur Hölle ist das? Oh. Ach, wird nur einmal aktiviert. Oder wird jedes Mal aktiviert, wenn ich da langlaufe? Nee. Die Häuser wird nur ein einziges Mal aktiviert. Ist ja nice. Okay. Ich trau dem Ganzen, aber immer noch nicht so ganz. Ähm. Junge, komm, klau auf dein Leben. Hä? Ach, sind da zwei gespawnt, oder was? Dankeschön. Hä? Ich trau den Dingern überhaupt nicht. Alter. Aber ich finde es schön, dass ich sie... Oh. Einer ist weg. Oder auch nicht. Haha. War das jetzt gerade Ausnutzung einer Notsituation? Ich weiß ja nicht. Aber es war schon cool. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie jetzt auch wieder auslösen. Das wäre nämlich so richtig oldschool. Oh, Mann. Die lösen echt nur ein einziges Mal aus. Das ist jetzt schon fast ein bisschen lame. Na gut, andererseits. Wenn das jetzt wirklich ein echtes Schloss wäre, ne? Also, jetzt nicht in einem Spiel, sondern ein wirklich reelles Schloss. Dann könnten echte Waffen ja auch nur ein einziges Mal auslösen. Weil sowas wie Waffenmagazine gab es früher noch nicht. Heißt also, die hatten eine Salve. Und die wurde halt ausgelöst. Und dann war gut. Und weil man in der Regel dann tot war. Ah, Doom 4 Doom ist einfach so ultra geil. Ich halt noch ein bisschen nach. Wenn ihr wüsstet, wie gemisch ihr ausseht. Ach, Alter. Guckt mal diese Assis an. Wow. Keine Gewalt bei Männerjährigen, bitte. Danke. Guckt uns hier noch mehr, oder war es das? Das scheint es gewesen zu sein. So, dann wollen wir mal diesen Knopf hier aktivieren. Der sieht so wunderschön aus. Ach, Leute. Ernsthaft jetzt. Guckt euch diese Textur an. Ultra hoch aufgelöst. Passt natürlich super zu diesen ultra schlecht aufgelösten Texturen. Also ich meine, ich finde diese Textur jetzt nicht schlecht. Das will ich jetzt damit nicht sagen. Ja. Aber das und das passt einfach nicht zusammen. Das würde ich damit sagen. Das ist schon ein bisschen... Es könnte aber auch meine Schuld sein, dass das hier, ähm, äh, wie diesen Ultra HD Textur ist. Das kann natürlich sein, dass das gar nicht von Extermination Day ist. Äh, 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 wow. Das ist jetzt mal eine ultra dünne Wand. Äh, wartet mal ganz kurz. Also ich hab mal eine Idee. Okay. Nein, leider nicht. Schade. Weil das wäre jetzt super nice gewesen. Wenn sich da nicht der Sieg mit zwei stecken würden. Das wäre... Ja. Also ich hätte es gemacht. Und noch so ein Raum. Ja, das wird langweilig. Äh, also natürlich, da ist, äh, wow. Was? Arschloch. Na, Bullshit. Er ist ja behindert. Komm nur einmal her hier. Portia. Er ist sogar gestorben. Oh, lol. Okay. Irgendein eigenes Verderben. Äh, ja. Aber jetzt ist das gar nichts mehr, oder? Ich glaube, ich habe das im ersten Raum, äh, irgendwie... Knopf, nee, ne? Nee, okay. Nicht, dass ich jetzt hier vergessen habe, irgendeinen Knopf zu drücken. So. Da sprechen wir mal sicher selber ab. Oh, äh... Oh, nein, 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 ja, 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 ja. Das hättet ihr euch so gewünscht, ne? Ich sag mal eins. Ich bin besser als hier. Haha. Ist da noch einer? Das ist... Das ist noch mehr oder was? Ah. Ist aber lieb. Geh' ich doch jetzt doch wieder auf, oder was jetzt? Ähm, ach da. Ähm, ja. Was zur Helle? Wow. Ich hab' keine Ahnung, ob das jetzt legal war. Aber es war cool. Oh, also, dieses Du wüften hier immer. Ähm, mit der Autobahn einfach. Oha, ich höre... Was haben wir jetzt eigentlich? Hier kann man nichts rein. Da ist nichts. Kommen wir hier rein? Tja, so legal kommen wir hier auf jeden Fall nicht rein. Ach komm. Ne. Das ist mir nichts. Also, Bekannte. Ich bin doch einer von euch. Die dürfte sich doch nicht umbringen. Boah, Alter. Das hört sich mal. Kann ich hier rausfliegen, äh, kann ich nicht. Gehen wir jetzt weiter? Was ist denn das jetzt hier? Geh' mal weg. Boah, Alter. Ach du Kacke. Ich bin... Nein, 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 nein. Ich sieh' schon gar nichts mehr. Äh, ich glaub' mir was falsch gelaufen. Okay. Ausfälle. Ah, Mann, ey. Ich hasse es, wenn man nicht sieht, wo man langfällt. Guck mal, ehrlich, andererseits. Na komm, einmal dagegen, bitte. Der federt ja wie ein Federball. Der federt ja wie ein Federball. Mein Lieblingsgegner. Na komm her. Boah, Alter. Ah, nice. Jetzt kommen wir an die anderen Routen dran. Ich kann mich grad schon ein bisschen besoffen. Ja, andere Routen dran. So. Wo ist jetzt hin? Erstmal speichern. Erstmal speichern. Okay, hier schon mal nicht. Oh, Alter, das hat doch hier echt überall hängen bleibt. Oh. Oh. Ähm. Welche war jetzt die etwas bessere? Oh, die Spinne garantiert nicht. Wobei die Spinne sehr stark ist, also. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Das ist die Vergane. Oh, die Spinne. Oh. 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 Nein, da komme ich nicht durch. Nee, ist abgeschlossen. Alter, stellt euch mal bitte vor, ich hätte da jetzt gerade keine Diemann rund gehabt. Da kommen die Pony auch nicht durch. Ähm, danke. Hä? Äh, Leute? Das ist wie, ups, wir haben so einen Pfosten, wie ein Schalter oder was? Ich habe da gerade ein Motter gesehen. Oh, Leute. Schalter, ich suche einen Schalter, aber ich finde keinen. War das überhaupt bei Extermination Day? Bei irgendeinem Level war doch auch mal so ein Pfosten, so ein Schalter. Oh Gott. Was macht den jetzt so? Gut. Ähm. Das wird wohl nichts. Ach da, sag ich doch. Genau sowas meine ich. Nein, du darfst mir nicht umbringen. Danke schön. Oh. Das ist... Ich kriege ich leider nichts. Oh. 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 So, das war der Raum, den wir da gesehen hatten. Hä? Was? Oh. Ach, lass mich raten, da hätten wir garantiert auch durchs Gitarre durchschießen können und den da mit aufmachen können. Das wäre dann damit wieder ein Raum gewesen, wo es zwei Wege nach oben liegt. Aber ich weiß immer noch nicht. Ach, soll ich das rüber... Ach so. Na, das kann natürlich sein, dass man die Wahrheit schießen muss. Nein. Ach da. Und das da ist... Der ist ohne Funktion. Genau so wie der hier. Na gut. Okay. Oh nein. Nein! 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 Nee! Nein! 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 Alter, danke! 40 mão Movimientos Dann ab nach Hause. Na komm. Boah, alter. So, speichern. Hier ist nichts. Ist auch nichts. Schade eigentlich. Gut, dann neu laden. Und einfach runter. Warte mal, nee. Boah, na gut, dann wollen wir mal. Ich höre und so welche. Aber ich sehe keine. Achso, hier draußen meine welche. Achso. Achso. Was diese Scheißdinger hatte ich jetzt schon. Okay, also hier komme ich erstmal nicht weiter. Ja. So, ich habe jetzt. Schau dich zu machen geht auch nicht. Mal klar. Also ich habe mich potenziell selber in eine Falle gebracht. Hä? Ah. Cool. Bei dem ist allerdings eine Kerze. Schade. Ist schon verwirrend. Weil eigentlich, erst wenn die hier alle anders aus. Und zweitens hat die noch eine Kerze. Ich könnte schwören, dass das so gut ist. Ist es aber laut Map nicht. Warum ist die Tür hier eigentlich grün? Also eine Schlüsselkarte habe ich nicht gebraucht. Und es gibt auch keine grünschlüsselkarten. So, hier komme ich jetzt durch. Wow, 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 wow. Ah, das kann ich schon lange. Ich kann ja auch den Punkt da abziehen, du Arsch. Wow. Ob das so auf den Schutz wirkt? Bestimmt nicht. Nein. Oh, ernsthaft. Wo bin ich denn? Wo, wo, wo bin ich denn gerade hängen geblieben? Oh, komm, Leckweg. Arschloch. Ja, komm. Nein. Nein. Ich auch noch so. Wo bist du? Na, wo denn? Hast du jetzt umgebracht, oder was? Weiß ich. Hallo. 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 Nu Oh. Oh, Alter. Ja, ähm, jetzt weiß ich ja langsam. Trotz so. Uua, what the, ey, you're coming to the dance, nein, nein, nein. Och Mann, ich hätte es doch locker geschafft, du Arsch. Alter, was war das denn gerade? Das war ja gerade fast wie Dirty Dancing. Oh Mann, Alter, darf ich wieder die ganze Scheiße machen? Das wird doch nichts. Hoffentlich will ich mich nicht wieder hängen oder so eine Scheiße. Ja, oder er fickt mich hier. Ja, sowas hier zum Beispiel. Alter, ich bleibe hier überall hängen. Bei jeder kleinen Scheiße, wo er mich hängen muss. Also, das war natürlich nichts. Ja, ne, ich warte jetzt erstmal hier. Ja, einfach zu schön, wenn ich seine kleinen Spielchen. Oh, komm. Oh, komm her. Ach Mann, jetzt. Ist doch egal, Jaffe. Oh, Alter, der ruft schon wieder. Nein, gleich wieder keine Ruhe. Äh, äh, da, ja. Na komm, komm, komm. Nein, nein, nein. Lass doch nicht ruhig jetzt. Alter, wo bin ich jetzt los? Du kommst, ich schieße jetzt doch endlich mal. Komm jetzt. Äh, wo ist es? Wo denn? Oh, ich schieße doch. Alter. Nein. Nein. Junge. Alter. Nichts. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. So, du kommst jetzt als allererstes weg. Nein. Nein. Na komm doch mal her jetzt hier. Geht doch. So. Er muss gucken, wie kriege ich diesen scheißroten Bastard da weg? Kann ich jedes Mal durch den Bastard da sterben? Das geht doch nicht. Das ist doch gegen das Naturgesetz. Hier trau mich. Alter, ich hab keinen Bock mehr. Nein. Fuck you. Komm her. Na komm her. Na, du zeig dich schon, du Hohenzoll. Ah, das gibt's doch alles gar nicht. Ich kann hier nirgends vor hin, weil sich alle Monster gegenseitig decken. Na, komm, komm. Das funktioniert alles nicht. Nein, nein, ich kann mal da hoch. Das steht immer gegen die Wand. Das ist ein Arschloch. Das ist ein Arschloch. Ah, das haben wir schonmal. Jetzt kommt, jetzt wird endlich bloß noch der Rote, oder? Wo ist denn der? Da ist der. Habe ich den jetzt? Das sieht so aus. Lull! Gut. Erstmal mache ich hier unten ein kleines Schiff. Schön taktisch vorgehen. Es sind hier einfach zu viele Bachtart, also wie der da unten zum Beispiel. Oh, Alter. Wo kommst du denn jetzt her? Aber wie ist der denn rübergekommen jetzt? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein fucking Scheiß, Ernst jetzt. Ah, kommt doch. Das ist nicht mein Gott. Und ich habe ihnIDE. Was ist das? Na komm, was macht ihr denn da rum? Mit dem Raketenwerfer bin ich einfach so unpräzis, außerdem laufe ich da gefahren und mich noch will zu verletzen und noch mehr? Ja, mindestens einer ist noch da. Ach, ach so ein rotes Vieh! Nein! Alter, ich f*** das! Ach, Junge, jetzt packt ihr auch noch fest. Dann verpasst ich mal den Anstoß. Wollen wir mal richtig schön ausbeuten. Na komm! Oh, das hast du verdient! Perfekt! Perfekt! Oh Gott! So, jetzt habe ich was bekommen. Ich habe den blauen Skull bekommen, soweit ich weiß. Das heißt, ich muss jetzt auch... ach da! Oh! Das sieht schon nicht schlecht aus. Ich weiß! Ähm... Wir kommen in der Kathedrale! Oh, Scheiß... So nen... Was scheiß Revenant! Ach nööööö... Ha! Ähm, nein?! Phukht Was darfst du da wollte ich eigentlich? Na komm. Genau das. Gut, das funktioniert sogar relativ gut. Ja? Wollen wir sich nicht nett umbringen? Ich versuch die jetzt mal sich nett umbringen zu lassen. Oha. Ach du Kacke. Oh Leute, wie will denn das? Okay, okay. Ich bleib doch bei dem hier. Und zwar setz ich das Ding da rein und dann... Na, das ist so schlau. Ja, ja. Ja, ja. Komm, die das funktioniert nicht. Alter. Was jetzt? Habe ich das Ding? Nein, das da brauche ich. Vem, da... Dann einfach mal mit mir. Ja. Alter. Ja. Ja. Ja, ja. Ich bin jetzt ein... Ich muss ja nichts mehr mehr kämpfen lassen, alles andere funzt ihn jetzt nicht. Vor allem muss dieser Bastard sein, der verdammt große. Alter, das gibt's doch ja nicht. Der, 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 äh, wieso packt man sich denn eine Endgegner einfach so in die Map rein? Alter, da muss man sich mit mir rein oder was? Alter, ich, manchmal werden irgendwie überall hängen. Oh, jetzt muss er denn! Ach komm! Das ist ja jetzt nicht mal dein Ernst! Da darf ich schon wieder überall hängen! Ach man, äh, echt! Wer baut so Drecksmüll? Oh Gott! So, was ist das hier? Keine Ahnung. Äh, okay! Andernscript 2, sehr interessant! Unbekannte Skripte hab ich gerne! Sooo... Äh, die kommen jetzt nicht rein! Ach ne, oder? Ihr sagt doch nicht, dass hier... Alter, hier ist die... Die gesamte Mütte ist hier gefickt! Aber jetzt lasst euch nochmal raus! Ist auch noch ein Knopf! Ah! Ah! Ja komm, ganz ehrlich! Alter, wir müssen jetzt eigentlich immer mehr schadeneffig... Was macht ihr denn da hinten eigentlich? Alter, ich hänge selber auch dann fest! Komisch hier raus! Da! Das kommt mal mit! Wo bin ich jetzt? Ja... Sonst das nicht! Ja... Das kommt mal mit! Da geht's! Geht das jetzt! Dann geht's doch! So, schau dir alles! Okay, mach ich mal damit! Undra, ich raus! Wo bin ich noch nicht mal mit? Sooo... Geht das nicht zu sein! So, das ist es... ... so, ja... So, ich denke, wir wurden mal fest. Gut, das hätten wir. Noch mehr? Ja. Irgendwann kommt dieses Tor relativ bekannt vor. Was? Sieht ja mal nice aus. Oh Gott. Ah, das geht. So. Oh. 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 jetzt haben wir 10.000, ne? 10.000, ja. Und später. Ich fick meine... Danke. Danke. Goddammit. Also irgendwie ist das ein ganz komischer Fehler. Soll mich jetzt aber nicht weiter stören. Das ist Aufgabe der Entwickler. Von daher, ciao.